Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EWU2KTV zu einer neuen Folge FIFA 17, dem Karrieremodus, wo heute das Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim ansteht. Rechts sehen wir übrigens gerade das Aubameyang mittlerweile sogar schon auf Platz 5, ist in der Torjägerliste mit sechs Toren, also langsam kommen wir nach oben. Ich weiß nicht, vielleicht sind die 27 Torjäger doch noch drin, aber immerhin trifft OBA jetzt. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Spiel. Wir haben wieder ein bisschen was geändert an der Mannschaft und zwar sehen wir gleich, Castro spielt heute für Kagawa und Weigel ist wieder drin für Sven Bender, der ein gutes Spiel gemacht hat, aber ich will eigentlich schon Weigel bisschen aufbauen, weil ich in dem eigentlich wirklich Potenzial drin sehe. Wie auch immer, wir starten jetzt das Spiel gegen Hoffenheim und hoffen natürlich wieder auf ein genauso souveränes Spiel, wie zum Beispiel im letzten Spiel im Pokalfight gegen Hoffenheim, äh Hoffenheim, Heidenheim oder im Spiel gegen Köln. So und da sind wir jetzt in Sinsheim, ist das das Originalstadion? Stadionneter? Keine Ahnung, glaube nicht. Das regnet nun wieder. Das regnet nun wieder. Das regnet nun wieder. Heute heißt es also Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Ah, normal hätte ich bisschen rotiert, vor allem Oberbau eigentlich ne Pause, aber äh, der ist so gut in Form, auf den muss man setzen. Aber ich höre jetzt wieder Ramos auf der Auswechselbank, also damit ich da wenigstens bisschen drauf reagieren kann. Ja, hier muss man auch sagen, guck mal, ich habe erst 13 Spiele und die anderen schon 15, deswegen bin ich hier erst auf Platz 6 oder 5, was das jetzt war, ich habe es jetzt gar nicht richtig gesehen. Keine Ahnung, warum das so ist. Auf jeden Fall sind es nur noch drei Spiele bis zur Pause, bis zur Winterpause. Ja, die spielen ähnlich wie wir. Aber mittlerweile, ich rotiere gar nicht mehr so viel, gerade Reus, Götze, die lasse ich wirklich mehr spielen mittlerweile. Und so tritt der BVB heute also an. Wir wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 433. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Heimo Wasserschneider, der ist das heutige Spielpfeifen. Bester Mann. Wie der Ball gerade oben runtergesprungen ist. Was ist hier los? Wir kommen, ah wir haben einen Anstoß, okay. waren die spielen etwas anders als wir so ob er mir ja und wer ist noch bei manches reuss oder götz ich sehe es gar nicht und los geht's beginnt der bvb mit dem anstoß kastro am ball und wieder die dortmund in der offensive den schuss verzieht er keine gefahr für das tor tja kann man nichts machen vielleicht doch in die mitte flanken sollen zu reuss der ball ist draußen da kann das zu spiel ich an nein ich habe nicht gesehen hatte das muss man einfach so ist der ball gleich weg und klasse durchgesetzt gespeichert komme ich noch dran da könnte ich noch dran kommen das ist das gute an heutigen stadien und an heutigen rasen bisschen regen macht den platz nichts aus trotzdem angenehm ist anders vor allem für die spieler aber wolf das wetter kann man sich nicht aussuchen sehen wir es mal positiv vielleicht sorgt der nasse platz ja für zusätzliche spannen wir sind noch früh im spiel da reicht freistoß auf jeden fall hier muss da nicht auch noch eine karte zeigen finde ich überhaupt ich orientiere mich mit weigel mal hinten jetzt ganz gefährlich werden das war aber knapp und jetzt ist reuss unten ziemlich frei jetzt nicht mehr aber jetzt er kriegt platz er kriegt platz er kriegt platz reuss hat platz aber in der mitte ist keine es gibt ecke marco reuss bringt sie rein noch eine ecke wir waren das so gratis eigentlich richtig dampf hintergebracht ach das gibt es doch nicht ach schade kein schlechter kopfball hier aber trotzdem der ball vorbei da war mehr drin er hat den ball wohl nicht voll getroffen kamaric das könnte die chance werden na die man wirklich hatten nicht gut raus gespielt der aktion der ball ist draußen wird einwurf geben gut aufgepasst und abgefangen sie warten ganz geduldig auf ihre chance vielleicht müssen sie das tempo aber auch noch mal anziehen um hier zu einer torschance zu kommen so weigel auf obermeyang auf obermeyang jawohl ey das gibt's nicht obermeyang schon wieder mit dem tor jawohl was ein jubel hier siebtes saisontor müsste es gewesen sein die kraft platziert das ding gut sie sind jetzt also in führung 10 schwegler er spielt den pass auf den flügel mit ihrer passsicherheit kontrollieren sie die partie gerade volanski weiter aus dem posten vor jetzt können sie erstmal durchatmen gibt's jetzt die gelegenheit und jetzt gehen sie über die flügel das war einfach erholt sich die flanke so jetzt guter passt zu welchen die lücke der gut gekommen aber der spieler block den ball ab der ball ist draußen gibt leider leider nicht geklappt nach wo es geht mit mal vorne ein scheiße amiri ach man ey das ist wieder so ein kleiner kritikpunkt von mir dass der nicht automatisch dann den spieler nimmt der viel besser position ist wenn der ball ins ausgehen könnte jetzt gibt's einwurf gutes stellungsspiel und so holt er sich den ball so ich könnte was gehen schöner zweigampf schmerz 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 jetzt schießt er die decke gut geklärt sprach schmerz schmerzen in gewalt schmerz schmerzen schmerzen zwischen schmerzen 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 wird jetzt gefährlich jetzt die flanke da musste der torwart aber auch hin kommen wir uns mal über schöne schade jetzt ganz gefährlich werden da trifft er nicht das war die gelegenheit und dann wären sie wieder voll im geschäft gewesen jetzt laufen sie weiter dem rückstand hinterher ach man wieder den kopfball verloren der angriff sah gut aus aber dann kommt doch noch ein gegenspieler dazwischen spielte ball in den freien raum wo schweizer den zweikampf da wird es angezeigt vier minuten ja das gibt so reuss jetzt sind das ausgespielt wird auch schüler jawohl ich hab vielleicht mit schüler alleine machen sollen weil ich wollte unbedingt auf pausenführung es steht 1 zu 0 da gut hier ist sicher es läuft ja eigentlich hofft damit er jetzt noch nicht die riesen chance gehabt außer der schuss und polanski so gut so gut so ein bisschen ausgepowert könnte man wohl im lauf des spiels was mal sehen ob sie durch die umstellung besser ins spiel kommen noch liegen sie hinten rudy im moment kommen sie nicht richtig durch der verdienteste nationalspiel aller zeiten setzt er daneben nix wird es mit dem ausgleich nach wolf guck dir das an da war er nicht cool genug vor dem kasten das war eine gute gelegenheit gut gemacht er spielt im ball weiter geht vielleicht was über mario götze beigelst du mal gut laufen schwer der ball wurde weg gefaustet der schade abgewehrt und festgehalten klasse gemacht und der ball wird weitergeleitet sie sind geduldig und warten auf die lücke bei der abwehr wird das nicht leicht das war nicht gut götze verliert den kopfball steige spiel gute idee flanke kommt gut vom rhein trotzdem abgefangen gleich der heckball durch marco reuss keeper war dran er faustet den ball weg sie suchen das loch in der abwehr noch ober jetzt habe ich zu lange geguckt ja nicht gesehen dass ich den ball gar nicht mehr hatte weigel mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor mann und direkt zurück gespielt auswechslung bei der heimannschaft nun war mir an der ball ist weg gibt es jetzt einen gegenangriff die nächste partie der bundesliga steht an für 1899 hoffenheim dann geht es zu hause gegen werder bremen und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen und nun kürze das ist jetzt direkt versuchen gelb ja der muss der geld geben und aus dem freistoß können sie jetzt wirklich was machen ich kann ja keine freistöße gelesen hier zum tor zu kommen aber ich werde hier ein stück weil die zeit runter zu spielen was meinst du buschi naja ich kann es irgendwo nachvollziehen sie haben das spiel im griff und müssen einfach nicht mehr machen also kann man aber noch ist nicht geklärt und per kopf weiter gespielt kürze 11 meter freistoß 11 meter jawohl das gibt elf meter noch eine schlechte nachricht für die mannschaft ja dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das ganze noch schlimmer werden hat den team jetzt den das war natürlich mit viel risiko mit zu viel risiko der schiedsrichter werde dieses einsteigen diese grätsche richtig er froh sei dass jetzt schon platz fliegt so wir haben ja was vor mit ober ja voll nächstes tor aus dem bräuchsker wenn die schießen davon er gefault wurde der arme baumann fasst geht er doch nicht ins tor das war zentimeter sache ja hätte genauso gut von der latte zurück weil ich glück gehabt war so klar dass 20 führung ausgebaut mal sehen ob sie so weitermachen typ da jetzt können wir schon auswechseln ich glaube götze wird froh sein wenn er raus darf noch zur auswahl hier na komm gaurero dem belie wird mal für reuss kommen jetzt wissen wir mit wem ist der bvb als nächstes zu tun bevor gegen augsburg jetzt morgen fc augsburg im nächsten spiel in der bundesliga und da sind sie wohl eindeutig in der favoriten rolle jetzt mal die chance vielleicht reuss oder war mir an jetzt wird es gefährlich nach man er gut über die welt kontrollieren überhaupt so der verteidiger und jetzt sind hier noch 20 minuten zu spielen hat ein mega ball gefühl da kommt er nicht vorbei er verliert den ball gut und hier wird es einfach gewechselt reuss geht so das war für ihn der trainer nimmt ihn aus der partie und könnte ihm den beifall und das völlig zurecht er hat heute wirklich eine klasse leistung gezeigt im moment kommen sie nicht richtig durch die abwehr steht gut das war eine richtig gute möglichkeit aber jetzt der ballverlust der spieler gut ein bisschen weit es geht weiter aber schon interessant die erste spiele war die staunenden anderen tor schützen jetzt trifft beim hin und ober million regulär ist noch eine viertel stunde zu spielen ja der war nicht gut der war absolut grüße mal führung und das will na die marie glücke durch den regen ist der ball natürlich rutschig buschi ja da sehen wir auch bei diesem schuss der rutscht eben über den schlappen nur die schlappe er köpft den ball zum mitspieler jetzt ganz gefährlich werden mega fehler vorbei den hat er wohl nicht richtig getroffen ja das ding geht ein guter ein fahrzeug machen müssen so dem belie dem belie der ist ja noch frisch das könnte der gelegenheit werden und jetzt die chance ich habe ja ich viel zu gut bewacht mit obermeer muss eigentlich mit dem belie viel mehr aufs tor schießen er hat ja auch noch nicht so das auge für mitspieler die flanke was eigentlich schon realistisch mit der ball ist weg und jetzt ein schuss das schluss auf den heim aus verzweifeln vorbei das war einfach und er hatte weil ich dachte oberen jagen schaltet sich mal ein bisschen mehr in die offenen gut gemacht er hat den ball erobert weigel wo war das gibt es ja gar nicht gutes stellungsspiel und so holt er sich den ball jetzt noch vielleicht die chance mit mit der ball am fuß richtung gegnerisches tor die flanke hat genau in die arme von baumann verdammt weigel drei minuten gibt es noch zusätzlich in dieser partie aber gut ich glaube wir können davon ausgehen dass das spiel gewinnen werden also alles spätestens jetzt und wieder mal dank obermeer der momentan ist in top form ist das könnte gefährlich der angriff und ach komm der mann so ein tor schade aber sollte 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 wir uns gerne noch mal in der wiederholung an eine perfekte hereingabe von der rechten seite hier noch mal so das war 21 gewinnen wollen offen und recht feiern und da haben wir doch mal das klar das war er gar nicht jetzt noch toll vorbereitet und dann stimmt auch das timing beim kopf war ob auf jeden fall wieder spieler des tages gehe ich mal stark von leider kein gutes wetter heute aber die teams haben das beste daraus gemacht wird das kann man wohl sagen gutes spiel bei dem was haben wir denn so zwei zuviel schüsse spieler des tages obermian wir waren noch so schöne 77 dem berlin 70 castro weigel war wohl relativ stark reussene 91 götze 68 ok na gut damit endet ich glaube spieltag 14 war das dann jetzt morgen sehen wir dann spieltag 15 und es ist auch der vorletzte spieltag in der hinrunde gegen augsburg weil aufgrund der olympiade hatte die bundesliga eine woche später angefangen und dadurch ist dann eben erst der spieltag 17 eine woche quasi vor spieltag 18 nach der winterpause auf jeden fall wenn euch das video heute gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da würde mich freuen wenn ihr morgen wieder reinschalten würdet ich bin dann an dieser stelle raus lasst es euch gut gehen macht's gut und ciao aber hier neben obermian acht tore top torjäger mittlerweile lewandowski ist gar nicht zu sehen aber ist ja egal bis morgen macht's gut und und Untertitelung des ZDF, 2020